Das war schon der Satz bei zum Klappen 1 zu 0 für den Bürgmann und Partnerin Romja Frischer, darf ich vorstellen, Eigengewärts von meinem Franzi, und wie ich neuerdings erfangen habe, eine aus der Kislinger Gale, das heißt die Schwester von Fadi, Kislinger, Tillmann Kislinger, Anselm Kislinger, die hat einen Herrn Brüchert geheiratet und bringt ihre Tochter auch zum Tischtennis in den Verein der Kislingers gebracht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig familientechnisch beschrieben, da habe ich auch immer so meine Schwierigkeiten, deswegen war ich der Letzte, der das erfahren hat, dass sie zur Hälfte Kislinger oder zu einem Viertel Kislinger Blut, wie auch immer, in ihr Adern hat, gehen wir und drücken mal in Romja Frischer. Bei dem Versuch, es einen Tick besser zu machen als letztes Jahr, da waren sie nämlich schon nur einen Ball entfernt. Und vom Einzug ins Finale, den hat er Kinnan versammelt. Und man ist dann doch noch im Halbfinale ausgeschieden. Mal schauen, bis dieses Jahr läuft, mit Tankorets ist nicht leichter geworden. Die Frau Schiedsrichterin ist noch nicht ganz abgeteilt, da steht es immer noch 11, 9. Ja, die müssen auch erst Bahn werden, die Schiedsrichter. Da ist gut, der schießt. Da ist gut. Das ist gut mir. Das ist gut. Das ist gut. Ich hoffe, ich hoffe, ich sehe, was ganz schön mit dem anderenvestigen WU für das齣 Avengers standard darstellt. 2 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 4 5 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 16 18 20 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Come on. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. 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 Wie haust du das? Ja, das war ja nie ganz. Ganz gut. Ich hätte mal den bei dem TLT-Expert ausgespielt. Aber er hat dann gegen uns so 1.600 Geld verloren. Die schaut so aus. Ja. Das sind nicht letztes.